Ich begrüße Sie herzlich hier zu unserer Pressekonferenz 2020. Realisieren Sie Ihre Veranstaltung jetzt als Online-Event oder hybride Veranstaltung. Dafür benötigen Sie professionelle Ton-, Licht-, Kamera- und EDV-Technik. Damit Sie sich ganz auf Ihre Botschaft konzentrieren können, übernehmen wir die technische Umsetzung und begleiten Sie durch die gesamte Veranstaltung. Wir coachen Sie beim Verhalten vor der Kamera. Denn natürlich ist es anders, anstatt des Publikums die Kameras anzusprechen. Wir optimieren gemeinsam mit Ihnen Ihren Content, um diesen online-tauglich zu machen. Die Event-Location und den Webcast gestalten wir nach Ihren Vorstellungen in Ihrem Corporate Identity. Natürlich beachten wir jederzeit die aktuellen Sicherheitsvorschriften. Durch unser Multikamera-Setup machen wir Ihren Stream lebendig und erhöhen die Aufmerksamkeit Ihrer Zuschauer. Egal welches Format Sie planen, sprechen Sie uns an. Wir freuen uns, Ihr Event ins Netz zu bringen. Damit auch Sie bald sagen können... Also ich habe mich die ganze Konferenz über eigentlich sehr wohl gefühlt. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war für uns das erste Mal. Ich glaube, wir sind auch überhaupt die erste Genossenschaft, die dieses Videoformat jetzt hier benutzt hat. Es hat alles super geklappt. Die Qualität war wirklich top. Also man konnte sich prima verstehen. Man konnte in der Gruppe als Ganzes reden. Man konnte jeden Einzelnen ansprechen. Jeder ist zu Wort gekommen. Also es war wirklich eine runde Sache, weil wir auch eben ein wirklich gutes Betreuungsteam haben. Also es war wirklich ein ganzes Redaktion.